Hallo, ich bin Camilla und ich komme aus England. Überraschung, heute regnet es in England und wir brauchen was Gutes zum Frühstücken, damit wir stark für den Tag sind. Also, ich war schon einkaufen und habe alle Zutaten gekauft für ein gutes englisches Frühstück. Also, für ein English Breakfast braucht man Eggs, Eier Bacon, Speck Butter, Butter A loaf of bread, ein Brot Sausages, Würstchen Baked Beans, gebackene Bohnen An Mushrooms, Champignons Also, zieh dir eine Schürze an und dann geht's los. Zuerst tun wir ein bisschen Butter in the frying pan, in der Pfanne und dazu kommt die Sausages, die Würstchen und Bacon, Speck und danach die Mushrooms, Champignons und zwei Eier Two Eggs In einem Topf oder ein Saucepan müssen wir die Bohnen kochen und der Brot kommt natürlich im Toaster Mmh, sieht das lecker aus. Da haben wir The Mushrooms Sausages Fried Eggs So, Spiegeleier Bacon Toast with Butter And Baked Beans Bohnen in Tomatensauce Aber irgendwas Wichtiges fehlt Weißt du, was es sein könnte? Aha, natürlich A big cup of tea Eine große Tasse Tee Es sieht gut aus, aber Vorsicht Du darfst es nicht essen, wenn du auf Diät bist Denn danach siehst du so aus Ah, das war lecker Jetzt habe ich Kraft, um in den Regen rauszugehen Also, bis bald Tschüss Und dann